Can everyone say hi to my friend? Weil ich finde, ne, wenn du hinten anfängst, dann hast du noch Platz nach oben und am Ende kackt auch die Ente halt, ne? Also ich meine, wir sind ja auch lange noch nicht am Ende. Was? Am Ende kackt die Ente, kennt ihr das nicht? Nee. Nee, bah, ekel auf, ey. Ich hab den da gerade im Programm, äh, ja, im Programm auch, im Projekt. Das heißt, ich werde jetzt nicht von vorne nach hinten aufnehmen, sondern immer wieder darüber haben muss, dass du nachher zu Hause bist. Aber wir sehen jetzt was. Alter! Genau das macht nämlich Becken kaputt hier. Liebe Kinder! Kennen Sie Twitch? Nein. Versuchen Sie sich zu beruhigen, Doktor. Es wird alles gut werden. Ehhhhh. Da ist kein 들�ug per Standes, aber das ist nicht die Möglichkeit der Stimme. Die gute Nachricht, dass würde ich schnell überlegen. Die gute Nachricht, was höre ich? Ich komme nicht, dass du dich vielleicht bin. Ich bin froh. Ich hoffe, dass du auch du bist froh. Ich kann sie zwei Teilen nennen. Wenn ich nicht so gut ein Musiker bin, dann schaue ich zurück. Wenn ich nicht so gut ein Musiker bin, dann komm ich zurück. Ich bin plötzlich genauso gut. Jetzt. Du wirst auch gerade nicht, was jetzt übermäßig jetzt besser ginge. Vielleicht von P Fanizin auf dem Programm. Ja, aber ich fand das voll cool jetzt gerade. Wo ist denn diese verfickte Scheiß-Sicherung für die Lampen-Kacke-Code-Scheiß-Dreck-Verfluchter? Er wiegt ein paar Kilo mehr als ich, ist ein paar Zentimeter größer, aber ich kann's mit ihm aufnehmen. Ich muss nur von den Seilen wegbleiben. Und dann kommt einfach einer dazu, ja, das finde ich aber nicht! Stand ich halb neben der Kamera, deswegen mache ich den ganzen Cups heute einfach nochmal, weil fürs Internet nur das Beste weiß der Bescheid. Ich will nur einen Gesang anstimmen, um den Kriegern Mut einzuflößen. Zum Kunstbanausen. Ich muss mal wieder eine Tournee zu den Vandalen machen. Herzlich willkommen zu Playdex Session 2. Ich hab keine Ahnung, wo wir gerade sind. 2015, 2016 hab ich jetzt mal benannt. Und hier noch eine Fackel, damit wieder keiner was zu meckern hat, weil zu wenig Licht da ist. Man kennt es ja bereits. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Voreinstellungen ich hatte, ob Schnee oder Strand. Ich hab jetzt Strand genommen. Elvis? Ja? Ich glaube, wir müssen endlich mal etwas zu tun gedingt. Das ist natürlich auch der beste Song, für direkt aus dem Stand. Vielleicht fällt mir auf Anni, ich hab doch meine tausend blauen Listen dabei. Ich würde nicht wollen, wie wir gehen. Ich darf für den Zirkus! Ich darf für den Zirkus! Ich darf für den Zirkus! Schon so ein bisschen durchgehangelt. Hätte ich jetzt die Zeit mitgebracht, hätte ich jetzt mal ins Original gehört, wie die das machen. Das ist wirklich nicht nett. Nicht nett. Ich bin in der Mood für etwas Salty. Und am Ende tut er sogar ein Baum. Dann aber bitte auch dran denken, wie der Baum sich fühlt. Ins Tor! Los, du bist Goalkeeper! Let's go! Äh, ja, let's go! Ja, die Spannung! Ja, wuh! Ähm, was für ein Spiel! Die Menge tobt! Ja, das deutsche Sommermärchen! Wuhu! Ja, das ist schön! Das ist wunderschön! Was da ein Mann namens Gronkh? Wie, da war ein Gronkh? Oder vielleicht war es ein Baum? Wer nur gesagt Gronkh? Mach dir sicher nichts aus! Ey, das ist so eine kranke Love-Story, ne? Habt ihr euch ihr erholt vor dem Schneegestürber in Köln? Ja, war wild! War richtig wild! Wow! Ey, da kann man ja gar nicht mehr durch, ey! Habt ihr gehört, ja! Österreich hat bei uns Urlaub gemacht! Krass! Ja! Ich hab mal Egos gebaut, schon hab ich gehört! Mhm, mhm, mhm! Ich hab jetzt beschlossen, äh, gegen Hüftklamotten, drück ich, zu Anfangs nochmal die Hi-Hat, das Pedale richtig runter, so dass ich halt auf nem Fuß richtig runter muss und so auf halb acht gekrüppelt hänge. Ich hab dann so viel glätzt in den Jahren. Ein Lappen und ein Feger meistern ihre Jäger! Warte mal, hier kurz pausieren, ne? Speicherplatz ist kostbar. Eben noch drüber diskutiert, nicht eben, aber neulich. Was ist denn das hier? Ungemütlich! Oh, der Fallendeherr findet es ungemütlich! Entschuldigung! Ja, ist ein bisschen beängstigend im ersten Moment, so viel unter einen Hut zu bekommen. Ich kauf nochmal ein Pflänzchen, ja? Ungemütlich! Ich hab sogar einen Schrank mit Acken gekauft! Wie kann das denn ungemütlich sein? Ein bisschen Trauma, halt. Also, bei uns ist es halt so, man duscht sich. Wissen Sie im Augenblick nicht viel lieber etwas anderes tun? Nein. Nein? Nein. Herzlich Willkommen zu Probe 2.5, nee, 2.16. Herzlich Willkommen zu Probe 2.16. 2.15 war marginal, genau. Das führt doch zu nichts! Das ist seit langer Zeit die erste Gelegenheit, die ich habe, um Forschung für mein wichtiges Projekt zu betreiben. Sie bekommen mich von hier nicht weg. Da bin ich mir sehr sicher. Und was ich noch gemacht habe, ich habe über Lagerfeuer hingebaut, weil der Typ halt ein Baum ist, habe ich vorher über Lagerfeuer hingebaut, damit der da durchläuft und brennt. Soll ich mal gleich alles über das Knie brechen hier, ey? Miauts, genau! Das sieht man nicht nur auf dem Bild. Nein, das sieht man nicht. Und ich war mir auch relativ sicher. Aber man soll sich nie sicher sein. Ja, ich schaue noch mal rein. Was kostet denn die Welt? Man sollte das regelmäßig machen, ne? Ich hätte Vorteile. Aber irgendwann muss man mal sagen, halt, stopp! Ich werde gleich meinen Scheiß weitermachen. Wie Durchfall. Der war noch nicht ganz freigekratzt. Fuck me! Ich glaube, das machen wir nochmal, oder? Und dann waren so Mordsdisketten hier dabei, sowas. 8 Zoll Disketten. Und da konnte man damals 256 Kilo. Und ich möchte, dass das alles auf den Punkt abgeliefert wird. Aber ich kann's mir halt auch selber. Ist mir wirklich wurscht. She went on to say that I shouldn't think about bad things, but I should think about good things instead. And whenever she said she just thinks about flowers, rainbows and cute puppies and that tomorrow is going to be a sunny day. She told me to try it, that I'd feel better. Happy, 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 happy. Then for the next two months, she forwarded me emails with pictures of kittens in them. Das hat sie aber auch gemerkt. Wie nennen wir sie? Wie nennen sie sie? I do see myself getting better. Hopefully. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht, ja. Ich bin so froh und den Hut auf, so. Ich hab alles in die Nase und in den Mund bekommen. Weil, ähm, erstens kommt man nur so im Leben weiter. Heidi meinte dann noch so zu mir, wenn sie die Augen ganz weit zumacht, dann sieht sie mich fach. Hallo? Und dann waren so Mordsdisketten hier dabei, sowas. Ah! Die hat über 30 Mark gekostet pro Stück. War also schon heftig. Will das auch jeder, dass ich die Grafiken rausziehe? Oder ist man da vielleicht ein bisschen so mit Urheberrechten auch... Das glaub ich nicht. Das macht so Spaß hier. To, 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 To. Deine Bevölkerung ist in... Not, 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 Not. Der, der Lotusbaum? Der Baum? Der Sonnengott? Der Sonnenbaum? Da haben wir es gelegen haben. Dass das eigentlich ein Vorbild war. Ja, Bäume, 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 Bäume. Für unseren Riesenwald hier unten. Richtig fett Punkte abgesahnt gerade. Ein Träumchen. Ein Träumchen war das. Guck mal hier. Da. Deine Bevölkerung ist infiziert, infiziert. Deine Bevölkerung ist eliminiert, eliminiert. Ich find das scheiße. Girl is so groovy. Ah, 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 ah. Das ging schon, ja. Dann verhofft er nicht vergift den Info-Reis-Mord. Dann verhofft er nicht vergift den Info-Reis-Mord. Ja, 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 ja. Guck, es bewegt sich noch. Es zittert. Und, 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 und das Maul geht immer auf und zu. Das sieht wirklich... So, also nach einer Flasche Hugo, abzüglich dessen, was da eben sich auf den Dings vibriert hat, ist meine Stimme besser denn je. Bisschen ist nicht schlimm, wenn er außerhalb der Linien ist, aber ganz ist schlimm. Ist so. Das will ich nicht sagen, aber ich sage einfach... Ja, ist auch so. Das ist einfach so, das ist... Ja, klar. Versteht man jetzt mich? Oh, I'm screaming! Dad! Then you're unlike a dad! Halt! Stopp! Fax on demand. Was ist das? Fax on demand ist im Prinzip auch ein... Wenn ich denn da auch mal ankommen würde. Nicht nur alle Jubeljahre immer mal. F*** de Sche***, Sir! Ich fühle eindeutig aggressive Tendenzen, Sir! Ah! Unterkante! Oh, it's party time! Uh! It's party time, man! Und, äh, man weiß nie, wann es zu eng wird, ne? Und die Sachen da drin gehabt. Ist da ein echtes Butterboot drin? Ja, no. Glaubst du vielleicht, wir türken hier irgendwas in der Sendung? Jetzt Finger weg, das brauche ich gleich. Und eine Banane. If we had a tree that was doubling in size every year... Diese hier hat sich kurz danach selber gefällt. Doch zurück zu den Mutanten. Oh, Leute. Oh, das ist echt schon wieder... Hast du gerade den Baum getötet? Bin sauer, Tobi. Ich hab Kenny on Ice an, aber ich wollte das nicht zum drölften Mal präsentieren. Außerdem kommt jetzt was US-Kritisches und danach was über eine Straßenschlacht. Ich dachte, ich passt das ganz gut. Aber ich hab das T-Shirt trotzdem drunter gezogen, weil ich will nicht zu sexy sein. Während dieser Mann also jede Minute und jeden Tag das Beste für uns alle gab, habe ich an ihm gezweifelt. Und nun verlässt er uns. This is not quite to scale, but I think you get the idea. Wie viel Uhr haben wir? Sag einmal. Drei Monate blutige Schlacht und was haben wir vorzuweisen? Überhaupt nichts. Nur Angriff, Rückzug, Angriff, Rückzug. Nur einmal hätte ich sie auch gerne von hinten betrachtet. Chief, hören Sie endlich auf. Ich wacke. Ja, Leute. Aha, weil ich mich damals nicht aufgenommen habe. Deswegen habe ich den jetzt abgesetzt. Alles extra. Nur für dich, Schmidi. Usually people write an X here, but there's no reason it can't be a little tree. So, three to the what? Die Sonne sollt! Was ist die kurz ausreden? Sie wollte was sagen? Ich bin einfach introvertiert. Und ich muss nichts werden wie irgendjemanden. Musst du auch nicht. Musst du auch nicht. Ah. I also once said something similar to this guy I met at a party. And he told me that I had to just get over it. That I had to lighten up and get outside myself. And that talking to me was bringing him down. And then he said he didn't want me to be offended or anything. But that I was really kind of a drag. Ja, das ist schon verletzend. Da brauche ich gar nichts drum herum reden. Natürlich ist es. Is this the Mexican space program? Space key? Life? Does the Mexican space program help? Beautiful day. Okay, den Lied, den Song konnte ich noch nicht so ganz. Mal wieder Staub gesaugt. Ich hoffe, dass das interessiert. So ganz kurz fürs Protokoll. Alles was ich heute aufgenommen habe bis hierhin habe ich wieder gelöscht. Von Kamera her. Das heißt, kannst du auch löschen von Cubase her. Weil habe ich alles verkackt wie ein verf*****ter H*****. Du hast die Partei in der Koste. Antonia. Was sagst du denn? Ja. McDonalds. Heute ist Donnerstag. Ist das? Real cool. We used to walk uphill both ways to school and back. Ja, und dann vergesse ich das dahin. Ach Kinder, ich will doch nur nach Hause. Das ist mir immer ein scheiß Schatten, ne? Ja, das macht scheiß Schatten. Nee. Wenn ich muss, dann kann ich auch. Warte, das hört sich falsch an. Bitte nicht aus dem K... Ich weiß, was das ist. Ich habe einen gesehen. Ich habe einen gesehen. Für 33 Jahre, hast du mich f*****t, jedes Mal, als du für ein Physikal warst. Hearing that noise was my first ever feeling. Niedigs was hat. Der Vogel, der Vogel. Geh nach Hause. Ich geh jetzt nach Hause. Und dann cheate mir was aus diesen 5 Milliarden Takes. Please wait. Ich mache jetzt nur so... Ich habe so ein bisschen Gedanken, ne? Weil das Gehirn von dem ist ein bisschen größer als mein eigenes. I've already got a female to worry about. Her name's The Enterprise. Renate, weißt du was? Du machst das schon. Und weißt du noch was? Das wollte ich immer sagen. Wasch dich mal. No at all. We can do that shit. Let's do that. Alright, thanks everybody for coming out. It's been killer. Super long day. But we appreciate everybody coming out and having a good time. I hope you had a good time. This is our last song. Oh my god, you gotta be kidding. We've f***** played this song 5 million times. You guys can do this shit. Come on. The song's called Know It All. And when mich jemand anrief und sagte, wir haben da einen Künstler, der echtes Talent mitbringt und alle seine Songs selber schreibt. Das ist mir völlig latte. The unmistakable conclusion has to be the deep down, I don't want any friends. Sie meinen, ich werde heute nicht in der Show sein? Good, fantastisch. Auf Wiedersehen, Doktor. This teacher I had called me young man and said that I had no business being morose because I have clothes on my back, a roof over my head and food on the table and that when he was a boy, his father worked three jobs and they were still struggling to get by, but he and his family were proud people and that they had each other. Ich bin kurz davor Schletzholz' Theorie des multiplen Urknalls zu widerlegen. Ist mir scheißegal. Immer weiter. Muss. Du hast ja den Verein ja ausgesucht. Wechselst auch nicht nach sechs Jahren die Frau, wenn die Mann Bein verliert. Are you absolutely sure about that? It's your turn. Fuck, das macht echt Bock. Scheiße, Mann, macht das Bock. Wenn ich's kann, wird's noch besser. Da bin ich mir sicher, Erik. Siehste? Auf einen Baum zeigen und sagen. Ja, wollen Sie mehr Käse? Hä? Natürlich! Also da auch das Feedback vom Publikum zu bekommen, hey, das hast du super gemacht. Das ist abgespeichert im Gehirn, das ist in Fleisch und Blut übergegangen und das ist jetzt von jetzt auf nachher einfach weg. Woran hat's gelegen, was glaubst du? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wait a minute! Ich hab doch mit Sicherheit irgendwo hier einen Karsun. Doch mit Sicherheit. Wenn nicht hier in der Kabelball, dann bestimmt da hinten ein Klump ab. Für Renate machen wir doch alles. Hier, komm. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ist mir auch egal. Hier. Sieht nass aus eigentlich. Ah ja. Wenn ich jetzt noch so... Ich lass es einfach wie ein Cracker aussehen. Guck mal. Dann ist hier ein Teller und was zu essen. Renate, gönn dir einfach. Bäh, bäh. Ekelhaft. Oh. Ich glaub, Renate mag den Cracker nicht. Egal, das wird gegessen. Hab ich mit Liebe gekocht. Okay, da muss ich dann ein bisschen mehr mehr das gleichzeitig machen. Aber sollte ich auch hinkriegen. Vielleicht nehm ich lieber das Loch. He, Kappa? War schon Qualität. Da könnt ihr euch absolut sicher sein. Ja, und dann das Solo. Verpennt und eben. Take Scheiße. Kompost. Entschuldigung, wenn ich das so sage. So, das sieht alles schön aus. Aber Alter, ich brauch was mit... Feta Käse. Feierabend. Also hier zumindest. So, liebe Freunde, wie ihr sich rausgestellt habt, hab ich die ganze fucking Session nicht aufgenommen. Ich nehm auch jetzt nicht auf. Ich nehm auf in... 3, 2, 1, Pock. Ich kann ja das... Video kann ich ja trotzdem noch verwursten, ne? Ja, also pass auf. Ja, da war nämlich nicht nur der Flügel, da war auch Percussion und... Die hab ich ja auch nie gehört. Ja, das ist völlig egal, was du gehört hast. Deine Mama ist egal. Deine Meer-Mama ist egal. Okay, wir hören nochmal hin. Ja. So, der ganze Boden unter diesem Baum war jedes Mal voll. Ja, so ähnlich wie Elsa. In leicht bekleidetem. Ich werde aus Ihnen nicht schlau, Herr Präfekt. Mal wollen Sie das eine und dann wollen Sie wieder dasselbe. Kommen wir zu einer weiteren Folge Frühstücken mit Ihnen hier. Die spinnen doch, diese Frauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es nicht. Seid doch nicht traurig. Du hast den Grüßen. Du idioter Kind. Du hast keine Ahnung. Entschuldigung. Ich muss irgendwo sein. Und er sagte, dass alle Probleme, die ich denke, ich habe, waren insignifikant in Comparison. Und so, ich sollte einfach aufzuhören und zuhören zu sprechen. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich übernehme das jetzt einfach. Ich versuche mal schnell fertig zu werden. Aus zwei Gründen. Oh ja. Oh ja. Tatsächlich aus zwei Gründen. Das eine ist, das tut hier gerade... Was? Ich sollte das eigentlich gar nicht tun, aber ich schätze, das ist Punkrock. Das andere ist, ich habe den Strom für die Cam vergessen und nur noch zweieinhalb Stunden Zeit. Guten Tag. War gut. Danke. Charlie, du... Du gehst einfach nicht um die Mädchen auf die... Wir ziehen einfach durch. Oder was mache ich? Ich lehne mich mal... Ich mache das mal tiefer und dann lehne ich mich ein bisschen vor. Dann, äh... Ne? Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da da. D. 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 Ich hatte eine Wahl, Herr Neelix, soll ich etwas Rude machen, oder nicht etwas Rude machen? Dima möchte, dass du diese Collection genießen möchtest. Mhm. Das sind zwei Stunden meiner Leben, ich würde lieber zurückgehen. Das ist so scheiße. Warum ist das so? Warum ist das so? Wie ist das so? Außerdem habe ich immer wieder den Haufen aus Versehen. Die Nase noch mal von vorne. Man hört sich ja sonst nichts. Uh, lass mich über das für einen Moment denken. Ja? Okay. I'm 2000 years old, but I feel like I'm 28 again. Unser Druck reif, dass ich exterpire. Nein, 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 nein! Okay, warte mal. Benjamin! Oh nein, Benjamin! Bin erst zufrieden mit Chef, wenn ich das größte Stück Torte kriege. Benjamin, hau bitte ab! Es gibt keine Torte, ich hab's schon tausendmal gesagt. Bitte verschwinde vor meiner Tür! Lass mich einfach in Ruhe, Benjamin! Ich will nicht mehr! Weißt du noch früher, als ich die Halsketten geschenkt habe? Hm? Das wusstest du noch zu schätzen? Where I can go get high. I don't know, I was really drunk at the time. Hast du jetzt schon ein fünftes Mal gehört? Und ich habe mir gedacht, dass du sie nur mit allem in der Zeit hast und die besseren Plätze verdreht. Okay, pass auf, wir sind ja hier zum Proben, ne? Also offensichtlich kann ich das nicht. He's unavailable at the moment. Can I take a message? Bitte ganz gut zu retten. Wir sind alle. Wir steigen immer das. Ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht, ich bin einfach zu schlecht. Und vor allen Dingen bin ich sehr oft sehr gut darin, das zu umgehen, wenn ich mir nicht sicher bin. Die Muppet Show ist stolz, unsere sehr speziellen... Warum weinst du? Kennen Sie Twitch? Ja, klar! Wie kann es denn gut gehen, wenn es so scheiße verkabelt ist hier? Scheiße! Äh, liegt ja nix, ne? Diese Gitarre liegt ja nix. So kann es gehen, wenn es so scheiße verkabelt ist. Morgen, lieber Schatz! Na komm, noch mal einen noch, gehen wir nach Hause. Sechs Stunden später... I'll break it down! Dies ist kein Austausch! Ja, das muss Papi dann singen! Das muss Papi dann singen! Das muss Papi dann singen! Ja, das muss Papi dann singen! Rrrrrrrrrrrrrr! Ich hab kein Bock auf den schal... Ja, Mann, das reicht auf jeden Fall an der Front. Eine Stunde später. Oh, klar, die sieht man tatsächlich. Noch mal den ersten. Zwei Stunden später. Weißt du was, ich mach das erste zuerst. Drei Stunden später. Willst du mich eigentlich fokken, warum ist denn jetzt Q-Race zu? Wir machen die ganzen Gitarren noch mal und nehmen dabei einfach auf zwei Spulen gleichzeitig auf. Unter Zuhilfenahme der Bildschirmtastatur. Weil unsere eigene bringt ja immer das System zum Standby. Uff, kommt schon, Leute. Hat der Tag, viel Stress und sie müssen sich beruhigen, stellt sich eine Pause mit ihrem Baum zu gönnen. Ja, warte, geh auf den Sack. Der Rest der Welt kommt aus Siegen. Wait night, come home. Work sucks, I know. Ist scheißegal. Zieh irgendwas an, komm nicht nackt. Wäre scheiße. Oh, you people, can you not see? Bin einem anderen Lebensstandard, der wie Aaron Hand verspannt. Ajo. Kommt ja noch mal, wenn es mit D anfängt. Es geht dir gut, es geht dir prima, doch Sie lächeln nicht. Wollten die mir so eine Strafe geben, der Trainer, das war ohne Ende. Ich glaube, das war damals 40.000 Mark. Und das war ganz gefährlich. Aber dann haben wir stattdessen den Trainer gefeuert. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Hast du jetzt schon ein fünftes Mal gehört? Immer wieder ein Gefall. Guter Versuch. Also, als ihr seht, es ist möglich. Es ist möglich. Mit der richtigen Technik. Mango von den Aceruinen. Hadi ho. So, nachdem wir jetzt unsere Ideale hier gefunden haben und unseren Sound richtig schön assoziiert haben. Ist ja auch nicht so, als käme nichts von nichts nicht. So, nachdem wir jetzt unsere Idee haben. Well, I found a new place to dwell Well, they've been so long on lonely street Well, they'll never, they'll never get back And they'll be so hot And lastly, this guy I used to know in high school Told me that if you're bummed, what you really had to do was lift weights Because if you lift weights, you get big And then you can get a cool car And then you can fuck chicks Was ich heute eigentlich vorhabe beginnt mit L Ich wollte mich da alphabetisch hinproben Wir haben allerdings, ich hab eigentlich nur noch zwei Stunden Zeit, also Auf zwei Augen kommen 20 Hinterfolgen Mit einer Axt in der Hand Keiner ist da, deshalb Nein, 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 nein Nein, 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 du bist da Auf ein neues Deine Blicke regen auf Nicht zu Alter Sie war mit auf dieser Party Als Bekannte Von denen Leute Dene Leute Ah, fuck die Henne, ey, das muss doch auch dann sitzen, sonst kann ich's gleich sein lassen Und die Bässe und Blitze, verdrehen wir den Kof oder machen sie uns klar Parallele Universen, zieht vorbei, machen sich tippen Forever 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 You Forever Hi Bitch Tschüss Trag's dir schon mal in dein Terminkalender ein Trag's dir schon mal in dein Terminkalender ein I don't wanna seem like I don't need anyone's help To get me through these rainy days Ich hab mir grade erst mal Talent bestellt Hihi, der kam gestern raus, keiner geliked, scheiß drauf Du tust mir leid, du bist ein langsamer, armer, alter Mann Du bist ein einsam Alter Mann Alter Mann Häutzer Vielleicht kriegst du den Scheiß, der quälgert schon wieder Und das war auch schön Ich glaube, das können wir gleich nochmal spielen, ich hab das nämlich doppelt Möchtet ihr jemand tauschen? Wie damals auf dem Schulhof? Ja Angst Trag's Lief Strag発 Hooo Was ist passiert? Schaste Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? illas Was ist passiert? Was ist passiert? Was Was war dasotic? Kung Er sagte, dass das was er gemacht hat, dass er kalt war, aber dann ein paar Monate lang, er war großartig. Dann hat er sich ein Ford Mustang, und jetzt he fucks Ch- Warum verkacke ich das immer und lerne das nie, Sack und Asche? Wenn ich da nochmal drangehe und den eh synchronisiere, dann kann ich den ja auch mal von Schopenhauer abschneiden, ne? Dann können wir den mal separat proben in Ruhe in Zukunft. Hätte ich vielleicht auch von einem Jahr schon machen können oder anderthalb, aber wir haben ja Zeit, ne? Wir sind ja noch jung. Wenn sie den Wagen aufs Fließband stellt. Aber ich will das alles merken, kann im Einzelnen, werden wir es herausfinden. Genau jetzt, in 4, 3, 2, 1. Und noch ein paar Sekunden. Ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer einen, ich sag so, wer einen Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Ja, ich glaub, das wird er sein. Wenn nicht, wird es einer von denen davor, weil die waren auch nicht so schlecht oder, weißt du was, vielleicht mach ich noch rein. Sicher ist sicher nicht wahr. Ah, warte kurz. Falscher Modus. Und der Junge, der sagte, für den Song, den er mag, gab, er mir ein paar Mark, der hat gelogen. Ja, weil du deine Akkorde nicht triffst, du fimmte Hustensaft. Denn jede Seite hat bekanntlich zwei Seiten. So ähnlich wie PolitikerInnen. It's hard to... ...Aktion. Ich bin ganz verliebt. Und ganz glücklich. Ich stehe mir wirklich zusammen. Oh, die Fresse. Nebelkrähe. Ja, ich liebe dich wirklich, du Nebelkrähe. Halt's Maul. Ähm, plaudern. Und auch dieser Hurensohn ist noch immer nicht synchron. Das lenkt mich ab. Bin ich nicht zu hell. Politische Diskussion. Ja, der Mittlere Osten. Momentan ganz furchtbare Dinge. Und ja, auch der Irakkrieg war nämlich so eine Geschichte. 9-11 war ein Insiderjob. Ja, das sehe ich genauso. Man weiß ja auch genau. Ich habe da sehr viele Erfahrungswerte. Ich habe da eine Seite im Internet gelesen. So, verliebt. Du bist verliebt und brauchst nicht viel. Ein Steak, Alter. Ich brauche ein Steak. Ich brauche nicht viel, aber ein Steak. In Mühe und Köpfen bleiben. Imagine, wegen deinen Unwahrheiten ist ein Teenager getötet worden. Du bist in die beiden größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte tief drin verwickelt. Sagst einfach, ich erinnere mich an nix. Willst möglichst keine Dokumente veröffentlichen und könntest wahrscheinlich Bundeskanzler werden. Naja. Das als Politikerin kann ich kein Geld behalten. Der Baum und natürlich deinen Penis aus Erde, der gleichzeitig ein Tee isst. Oh. Du verf***ter Sch***. Ruf*** so. Dann machen wir so eine One-Hit-Falle draus. Das heißt, wir müssen den ganzen Viechern, die da reinplumpsen, quasi nur noch einen Hit zufügen. Dann ist Ende. So, kommt mal runter. Ich brauche noch einen von euch oder zwei. Ich lasse einfach die Leute entscheiden, was sie daran wollen. Ich habe jetzt mehr dieses Gefühl, mehr frei zu sein. Und ich bin bereit. So grob bin ich mir da sicher. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. Wie war euer Tag? Habt ihr was Schönes gemacht? Ich habe mir jetzt gerade einen Kaffee gemacht. Heute erstmals das Cover-Set in seiner jetzigen Form. Mit Ausnahme von L'Amour. Das ist ja beim Endgültig-Machen irgendwie verschutt gegangen und noch nicht wieder hier angekommen. Ich habe das auch nicht mehr in der alten Version, weil ich habe die alten ja gelöscht, weil ich hatte ja die neuen. Boah, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt für wunderbaren Jahren. Checkt das mal. Quatsch nicht so gut. Mittwoch 31. März 93. Es ist Mittwoch und ich sitze immer noch in diesem Shit-Loch. Vielleicht da noch Bummerang rein? Probieren wir mal. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt anderthalb Minuten Piano gehört. Jetzt geht es so weiter. Auch da habe ich, weil ich dumm bin, den letzten Papi mit dem Bass vergessen. Aber wem erzähle ich das, weil du hast denn ja zu Hause, nicht? Warum kann man nicht mal einfach, wenn man Toleranz predigt, auch Toleranz meinen? Warum? Warum sind das immer nur große Worte mit kleinem Inhalt? Ich habe es so nett gemeint. Alter Meistermann! So, soll auch jeder so glücklich werden, wie er es nach seiner eigenen Fasson für richtig hält, solange niemand dabei zu schaden. Ich wollte aber gar nicht, dass das so rüberkommt. Das war dann halt... So, dann gehen wir jetzt mal auf den Kalifornischen hier. Hallo gesagt haben wir gerade, während wir die Seite gewechselt haben. Jetzt geht es weiter mit unseren Zielen und Wünschen und Träumen. Ein Song von der besten Band der Welt. Heute sind sie wieder, da bringen sie ins Ich-Kann-Nicht-Meh. Ich danke dir für deine reichhaltigen Gaben an diesem Tag. Siehe, was du uns bescheret hast. Tschüss. So gelangt ihr in den Genuss meines Nach, meiner Nachstimmerei. So. Er läuft, nehmen wir. Für das nun folgende viertelstündige Lied wird es reichen. Mein Gott! Das ist ein Zeichen Gottes! Und dann ging er wieder überraschend. Er sagte mir, dass ich aufstehen sollte, aufstehen, 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 aufstehen und aufstehen. Und dann sagte er, dass ich nicht überraschend sein werde. Wenn trotzdem immer noch, wir sollten da das Fake-Out Ende nehmen. So, das war es an der Freund. Juchje, hat doch nur eine Dreiviertelstunde nochmal gedauert jetzt. Although it is worth pointing out, there's a massive distinction between a millionaire and a billionaire. It's something like, counting the numbers to a million would take you 12 days, while counting the numbers to a billion would take you 32 years. Like, that is a lot, a lot of wealth. So lost in this illusion. Get ready for action. Ach stimmt, die Mami ist... Ja, du hast recht, die Mami ist ja... Ja, klar, das ist die Mami auch... We have the greatest expectations. Und jetzt schüttel ich an dem scheiß Baum, Alter, wie kann man so dumm sein? Fucker. Wir brauchen einen Sieg, und zwar einen gewaltigen Sieg. Und den brauchen wir so schnell es geht. Ich könnte es nicht besser in Worte fassen. Die Decks 9 bis 14 bilden nun Deck 10. Sie wurden zusammengepresst. Sie sind ins Eis gerast mit vollem Impuls. Am Tallerseid, wir sind der erste FC-Bomb und wir spielen am 3. Dezember. Howdy home. Wow. Wir sind der F. bis 2. Er ist C. Bauer. Fals, das hab ich echt nicht gedacht. Badabada-wabada-wabada-wabada-wabada-wabada. Eins ist ab 7 lohntsos oder an der Abendsasse für nen Zehner. Es ist gut. Für mich war er niemals weg, ehrlich gesagt. Für mich war er niemals weg. Fals, das hab ich echt nicht gedacht. Badabada-wabada-wabada-wabada-wabada. Zum Beispiel hier drauf, sag ich einfach mal in der Hoffnung, dass jetzt Folgendes kommt. Jawoll! Oh ja, jetzt kommen wir in eine Richtung, die sehr interessant ist. Die sehr interessant ist. Einfach Deutschrap mixen mit so Sachen. Weißt du, ich hase es auch und du bist scharf, wenn du süß-sauer bist. Auch wenn du... Bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Das zweite FC Baum am 3.12. zusammen mit dem Ragudi-Orchestra im Blue Shell. Wir kamen echt gut durch mit den Aufnahmen. Das heißt, normalerweise wird viel gemeckert. Seht ihr, liebe Kinder? Auch wenn der Tag mit dem Baum ein blöder Tag. So, der Baum ist gewachsen. Oh krass, Alter, und wie groß. Den gucken wir uns morgen an, wenn es wieder sonnig ist. Huch. Uiuiui, Tiffy. So, wie ist das unten abgeschlossen? Scheiße, ist das unten abgeschlossen. Wusste ich's doch. Wir wollen doch den Rockstar sehen. So sieht's nämlich aus. Sechs? Fünf. Nee, sechs. Wenn ich sogar fünf. Vier. Mhm. Ganz schön bummst. Das war das Martin-Update. Wir haben auf jeden Fall in der Zeit, wo wir das hier gerade so viel Geld noch gemacht. Und das ist das Gute. Für diese feuchte und griffige. Sei hart, Baby. Fang mal mit der Anklage an. Extra groß und extra hart. Ähm, halt diesen Keks direkt in dein Gesicht. Streife deine Nase wie eine Kreditkarte. Spring rauf. Ich will einen Ritt. Ich spanne meine Beckenbodenmuskulatur an. Ich bin ein bisschen wild. Schaue auf den Mund. Das war. Nee, ich hab Viva gesagt. Nicht Biber. Ich hab Viva la Baum begrüßt. Geht nicht immer um dich. Hier. Nichts, ob es geht dir gut. Geht nicht. Wer ist das denn? Was hab ich denn nicht gewollt? Oh, du dummes Stück Sch***. Playbackstar. Das Jahr gehörten Sack. Ich weiß es doch auch. Früher war Viva nicht so eingebildet. Er hat sich voll verändert. Alle sagen das. Und wichtig ist auf dem Platz auch noch so schön. Wichtig ist unterm Baum. Aber wo der Viva sich angesprochen fühlt, zieht der Baum den Kopf ein. Ach, weißt du was? F*** die Hände. Ich mach mal ein neues Projekt. Ja, ich mach ein neues Projekt. Geh mir auf den Sack. Nicht speichern. Löschen. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich nicht vergessen. Und eine Duschhaube darfst du nicht vergessen. Geil. Also jetzt noch nicht, aber bald. Also hoffentlich heute noch. Ja. Mit Mut sein will das können. Schön mit Öl. Ah, Stunde acht. Geil. Am Ende kackt eben die Ente auch. Ja. Am Ende kackt die Ente. Ja. Ihr kackt ja nicht am Anfang Spaß. Du lachst immer noch immer an beiden. Aber echt egal. Mein, scheiß drauf. Äh, ja. Weile mal. Oder soll ich jetzt vielleicht nochmal am Felddienstag probieren? Ich glaube, das mache ich mal. 135. Ah, oh, 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 oh. Lass ich sein. Ich lass dich sein. Das verbundete Scheiße. Das kann eh keiner mehr hören. Ich finde das alles nicht so eng, weil am Ende des Tages... Werde ich das mal gerade zur Bank bringen? Zweifellos haben sie ihre öligen Rückstände an jedem Hypo-Spray, ihre Hautabsonderungen an jeder Konsole hinterlassen. Das war ein Scherz. Es gibt noch Leute. Und dann müssen wir das heute feiern. Haben wir auch gemacht. Kaschding mutiert. Wir leben unter der Erde. Wir haben die Welt von Hunden und Katzen verloren. Wir leben wie Würmer. Ich frage mal nicht immer, wo Antillen ihn hat. Ist so. Ja, das ist so. Ja, ist auch so. Das ist einfach so. Da bin ich mir sicher. If we had a tree that was doubling in size every year... Ich liebe diesen Geruch. Von so Gras, Baum, Luft, Blumen, Wiese. Viel Spaß noch. Tschüss. Brav.